WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir kämpfen, wir siegen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Halt für Granaten! Verbündete im Einsatzgebiet! Mit jeder Menge Feuerkraft! Ihre Schilde sind ausgefallen! Zeit, die Klappergestelle in die ewigen Jagdgröße zu blasen! Die Verteidigung des Harzhells steht wieder! Das Schiff kriegt ein! Wir sind nah dran! Keine Weg! Schilde sind oben! Ein Transporter ist schrott! Einer ist noch übrig! Der Transporter ist angreifbar! Höre die Feindlusten zu dem Transporter vor! Wir halten diese Treibstoffzellen nicht mehr aus! Machen! Wir haben unser Zeitfenster bei den Transportern verpasst! Wow! Ihr habt ihn vielleicht sogar zu gut hochgejagt! Ich werde nie zu dunklen Seite gehören! Ich bin ein Jedi! Verstärkung! Machen! 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 Für die Klappergestelle des Droiden-Kernschiffs steht verlassene Artillerie! Räumt eine Landezone für unsere Schützen frei! Dann schießen Sie die Klappergestelle runter von Geonotis! Das ist eure Show-Truppler! Das ist eure Show-Truppler! Sichert die Landezone für unsere Geschütz-Crews! Das ist eure wichtigste Schützen-Crews! Du weißt nicht, wohin du dich anlegst! Dieser Stamm-Druck-Kernschiff! Du weißt nicht, wo man dich anlegt! Es sterben viele gute Leute, während wir kämpfen! Wenn ich es nicht schaffe, dann kannst du uns getroffen! Du schaffst es! Auf den Weg! Du hast dein Bestes getan! Die Separatisten brechen ihre Zelte ab! Deine Überheblichkeit ist deine Schwäche! Die Lieblingsanh ribbit! Die Schmutzung! Die Schmutzung! Die Schützen sind unterwegs. Haltet die Landezone. Seid gegrüßt. Die Schützen sind unterwegs. Die Schützen sind unterwegs. Ich habe keine Angst. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Die Schützen der Republik warten jetzt zurück. Die ersten Crews landen. Lösch den Rest der Droiden aus. Es ist lange her, dass wir so gekämpft haben. Man hält nicht jeden Tag eine Armee auf und zerstört eine Droidenfabrik. Verachtlich. Artillerie, Feuer frei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017